2. Halbfinale 2. Halbfinale 2. Halbfinale 3. Halbfinale 3. Halbfinale 3. Halbfinale 4. Halbfinale 4. Halbfinale 4. Halbfinale 5. 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 Halbfinale Bis zum nächsten Mal. So, nice, nice. Aber frech, frech auch. Im Halbfinale so, alle machen. So, ready Mika. So, Stuttgart, Applaus für Mika, let's go. So, sweet mother. Man like the deer, I tell you. Sweet feet. She's the love of me. Oh, yeah. I got to tell you. You need to be the love. Oh, yeah. Sweet feet. talkin' You need to be the love. Oh, yeah. Baby, you're the love. Yeah, it's her love. Oh, yeah. Give me the love. Oh, yeah. Baby, you're the love. Oh Boah! Scheiße! Seid ihr so an die Geschwister eigentlich? Aber gut, dass sie blott. So, oi, 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 alter, 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 ich will das nicht, ich geh nach hier, ist egal, ich will das nicht, ich will gar nicht sehen. Zwei Echt, alter, alter, die streiten sich noch, Synch, die Snare, die Snare, da muss noch ein Reverb drauf. Synch! Digger, du denkst, er führt Fachgespräche. Okay, Diggi, okay. Power, Diggi, Power, Power, Diggi, der war heiß. Zeig mir die Punkte für, zunächst mal für Tyson. Zehn schon mal, Synch, zehn, zehn, Kaiser. Synch! Aber, 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 stopp. Sag, sag es bitte, vier, vier, vier. Am Anfang, es war alles übergeil, es hat eine kleine Sache gefehlt, trotzdem gebe ich den vier. Es hat so ab der Hälfte einer etwas gefehlt, wegen uns gefehlt. Ja, nein, 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 nicht das, nein, irgendetwas, ich weiß nicht, wo die Fühle, irgendwas hat gefehlt, das war geil. Also, Mika, aber besser. Zeig mir die Punkte für Mika! Ja, ganz knapp, ganz knapp, Sven, will einer von euch was sagen. Tua, sag dir mal bitte was. Wie kommt die Entscheidung? Also, ich für meinen Teil, äh, ich, äh, ich, äh, ich bewerte einfach nach meinem Geschmack, ja, äh, und, ähm, ich finde es sehr mutig, dass er sich traut, noch eine Runde so zu machen, feiert es ab. Ich finde sein Beat eigentlich genauso fett, aber ich belohne dann in dem Moment halt den Mut, irgendwie was lockeres zu droppen. Ich freue mich darüber. Ganz kurz noch, es geht ja auch ein bisschen um Abwechslung so, weißt ihr? Also, wir können natürlich einen Trap-Contest machen, aber es geht die ganze Zeit rund nicht, was es jetzt kommt halt so. Aber ich freue mich über Abwechslung, und das ist in meinem Fall. Was die anderen gedacht haben, weiß ich nicht. Sag doch mal Synch! Oder Millie, du hast heute noch gar nichts gesagt. Wer? Oder Schippen, oder beide. Kannst du was sagen, Mutti? Millie! Ich fand den ersten Ried auf jeden Fall sehr gut, dass mich, ähm, der erste Ried hat mich sehr an Biggie irgendwie erinnert, da hätte ich ihn drauf gehört. Ähm, ich fand den sehr gut, du hast mich irgendwann verloren, leider, weil da zu wenig Abwechslung war. Das habe ich halt heute schon die ganze Zeit Abend gehört. Überfett, also fett als er, aber, ähm, da hat es viel, aber für mich, viel war für mich hier wichtiger, und es war übergeil, als er reinkam, mega. Also, ich habe beiden drei gegeben, weil sie beide gut waren, aber jetzt nicht überragend. Aber ich glaube, bei ihm haben die Mädels da alle gedanst und Budi geshackt, so ein bisschen. Bei ihm war es mehr so ein Headnot. In dem Fall war es tatsächlich heute mal ein bisschen was anderes. Einer von den Jungs hat, äh, viel gegeben. Du? Ich möchte allgemein eine Sache sagen. Die Beats haben alles so krass. Guck mal, ich gehe nach Hause, ich habe einfach gemerkt, ich muss so, ich werde einfach morgen einfach neue Songs und werde dann, das hat mich auf alles lehnen gemacht wieder, wirklich. Es ist so krass, ey, man. Wirklich. Wir haben gerade wieder Spaß bekommen, die Beats zu machen. Ich gehe nach Hause, ich werde mal erst mal einen Schäden angehen. Okay, und das sagt, das sagt Sinch, der ist schon... Boing! ...100 Jahre dabei, Dicker-Chain. Das ist ein junger Mann, der hat schon alle produziert. Und auch schon... Aus der Ruhe! Aus der Ruhe, Bruder. Warum machen wir ihn? Warum machen wir ihn? Warum machen wir ihn? Warum machen wir ihn? Aber wir beide, Bruder. Wir ausdrücken durch. Ja, ja, ja. Dicker-Chain. Nein, aber wirklich, das ist, das ist... Äh, ja, gut. Okay, Freunde, zweite Runde hier im Halbfinale. Und ich bitte Mika um den Anfang. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist der Beat, der Zwingt dahin zum Mitmachen. Nice. Tyson, ready? Let's go, Tyson mit seinem zweiten Beat hier. Let's go, Tyson mit seinem zweiten Beat. Let's go. Let's go, Tyson mit seinem zweiten Beat. Let's go, Tyson mit seinem zweiten Beat. Let's go, Tyson mit seinem zweiten Beat. Ja, schon ein bisschen Sommerferien. Nice, nice. Ich liebe diese Beats, die einem auch direkt ein Gefühl geben. So, Freunde, die emotionalloseste Jury Deutschlands. Gib mir ein Gefühl. Gib mir erst... Ja, genau. Gib mir... Ich denke, wir fangen mit Mika an. Dann zeigt mir die Punkte. Bitte, denn jetzt kommt es drauf an. Zwölf. Ja, ist okay. Steckerlix. So, es steht 1-0 für Tyson. Jetzt kommt es drauf an. Machen wir noch eine Runde? Oder ist es jetzt? Geht es jetzt ins Finale? Zeig mir die Punkte für Toy. Ja! Ja! Applaus für Mr. Tyson! Oh, komm, komm, komm. Oh, komm, 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 komm!